Was bisher geschah. Wir spielen das Archiv mit dem Marquis. Wir haben nur einen Shane noch dabei, oder eine Shane. Vielleicht dauert es deswegen ein bisschen länger, weil wir nur zu zweit sind. Aber in dieser Folge werden wir die Mission abschließen. Und weiter geht's mit Battleborn. So, mal gucken, ob wir ein bisschen vorgehen können, dass wir den gleich eine Blase entpacken. Ja, so, natürlich. So, mach mal kaputt, jawohl. Hier, nimm noch eine Eule. Alles kaputt schon, aber... Das Splitter einsammeln. So, wo sind wir jetzt auf der Karte? Da ganz oben, jetzt müssen wir wieder bestimmt zum Anfang zurück. So. Wer rennt da lang? Oh, komm, ist die Feinde her? Alle von da? Boom. Oh. Genau, da müssen jetzt alle durch. Level auf. Boom. Ist ja schön, wenn die so langsam sind. Wollte ich gerade sagen, kann man ja gut treffen. Aber die irgendwie nicht. Oh nein. Wo denn? Irgendwo da. Oh nein. Oh Mist. Nein, wo ist er? Hier. Oh, hoffentlich reicht's. Nicht, dass sie mich wegschubsen. Ja, wir können das auch noch aktivieren. Oh, ist der sogar gestorben? Die alle tot? Linke Füße haben wir auch fast. So, jetzt können wir alles hier irgendwie aufbauen, was man aufbauen kann. Ist eins da von Melka oder was zeigt der da noch an? So, wunderbar, da ist er noch. Aber stimmt, wir können ja eins hier... Pennerknallerschüsse können jetzt Terrain durchdringen. Ne, das müssen wir machen, auch wenn das irgendwie doof ist. Aber das andere ist nur noch blöder. Aber wir treffen nicht. So, wo kommen die Feinde her? Kommen die von hier? Müssen wir überhaupt hier lang? So. Ne, der läuft da lang. Da kommen die bestimmt gleich alle her. So, haben wir gekriegt. Hier kann man Geschütz bauen. Wird das klug? Da geht's jetzt richtig ab, ja. Nein, hat er sich da gerade raus teleportiert? Das war ja nicht so cool. Oh. Ups. Hier nimmt man eine Eule. Wird er eigentlich gerade angegriffen? Ist das so? Oh, das hat sich gelohnt. Die sind alle weg. Tee. Jawohl. Keine Ahnung, kann man hier reingehen? Ne, kann man gar nicht. Schade. Da hätte ich ja gerne noch die Kiste mitgenommen. Oh. Das ist ja ungünstig jetzt. Hier, Eule vielleicht. Wo ist er denn? Da. Ich versuch's mal einfach. Noch ne Eule. Wenn wir uns verstecken hier. Geht das? Schade. Da müssen wir... Ich weiß nicht, ob das... Ne, wir haben keine Level auf mehr haben. Wenn wir von hier welche sehen, ja. So, hier hast du den. Ne, ne, ne Blase auch noch. Boom. Ja, schon kriegt er sowieso durch die Blase. Boom. Den auch noch. So. Oh, da ist noch ein Faresi. Was haben wir ein extra Leben für? Weiß ich auch nicht wofür. So, da kommen noch mehr. Noch ne Eule für den hier. Ne, brauchen wir ja nicht. Zack. Ich hoffe, den ist gereicht. Boom. 871. Meine Herren. Nochmal. So, da hinten kommt noch einer. Der ist auch weg. Wunderbar. Das hat ja geklappt. Zack. Der ist sogar voll. Die Punkte nehmen wir natürlich mit. Wir haben ja bisher nur Bronze hier bei der Mission. Weiß gar nicht, wie man das noch höher kriegen kann. Wenn man das dann mit mehr Leuten, weil man dann auch mehr Gegner hat, dass man automatisch mehr Punkte kriegt, wäre natürlich schön. Aber da müssen auch mal mehr Leute mitkommen hier. So, wo sind die Feinde? Können wir hier schon das... Macht das Sinn, wenn wir das machen? Ich hab die Splitter. Ja. Wir machen das Dinger-Geschütz. So, hier nimmer. Oben sind noch mehr auch. Können wir das machen? Boom. Wunderbar. Ey, der will mein Geschütz kaputt machen. Das ist doch mein Geschütz in Ruhe, ey. Das kann irgendwas erreichen, bestimmt. Ich werde ab, scheue dich bis ins Nacht. Ja. Da sind noch mehr Sachen zum Einsammeln. Extra Leben. Und Punkte. Splitter. Da sind bestimmt auch nochmal Punkte drin. Und Geld. Jetzt mit Pendels brauchen wir noch mehr Geld. Ich dachte, das dauert schon so ewig, bis wir nur Alani freigeschaltet haben, aber... Der ist ja nun nochmal mehr. So, hier gibt's noch mehr. Jawohl. Okay, nehmt ne Eule. Und... Wie sehr, mal gucken. Muss man es doch zweimal drücken. Ich... Ach, das ist immer nur, glaube ich, das Panik. Aber wenn man jetzt nur einmal drückt, dann guckt die nur aus dem Hut. Kann man nur sagen, wo sie hin soll. Ich weiß gar nicht, ob Melka jetzt eigentlich dabei sein sollte. Oder ob da ein Fehler drin ist. Wie können wir noch Punkte mitnehmen? So, der kommt auch hier lang. Oh oh. Wollen wir das mal? Oh, cool. Schild, das macht nur der. Hopps. Boom. Ja, das ist ja schön. Genau, das hat sich schon mal gelohnt. Vielleicht, weiß ich nicht. So. Geld haben wir da mitgenommen. Bonus Credits für das Team. Hier ist noch mehr. Ein Ding zum Heilen war auch nicht mal schlecht. Neue Herausforderung. Das Ding aktivieren wir gleich. Zack. Noch ne Eule. Und oh. Der ist groß. Ach, das ist der Vollstrecker. Den müssen wir... Die Aufgabe. Aber das haben wir... Oh, das war ja leicht. Boom. Da hat er aufgehört zu laufen. Okay, tot. Wunderbar. Was ist denn? Ist es der Fortschrittsbalken für die Mission oder... Dieser gelbe Balken da oben? Oh. Sind wir schon hier? Der Name, der viel zu schnell weggeht. Mist. Können wir da hinschießen da oben? Nee, geht nicht. Müssen wir jetzt kaputt machen. Der Dicke da vorne ist gut verteidigt. Ihr braucht mehr Wumps, um durch seinen Schild zu kommen. Vielleicht wenn... Aktiviert diese Geschütze. Okay, was für ne Geschütze da? Ach so, die. Okay. Müssen wir auch noch was machen? Nee. Können wir ihn schon angreifen? Nee, geht nicht. Aktiviert mehr Geschütze. Beschleunigt seinen Untergang. Hier ist auch noch eins. Mist. Okay. Und die Blase. Und die ging daneben. Und aber ne Eule, die nicht. Ist sie jetzt schon... Ist schon wieder weg, ne? Was ist denn hin? Da, ja. So, aber die laufen alle noch, die Geschütze. Aber was macht er jetzt? Genau, wir servieren den Frick jetzt endlich ab. Wo denn? Wo denn? Hä? Warum sagt er das, wenn es gar nicht geht? Mist. Shane, schnell. So, da kommt da... Märtyrer? Was ist das denn? Geht nicht. Ach so, wir müssen die Dinger wieder aufbauen. Der weltliche Hippie. Das ist die Wahrheit. Okay, hier. Ein Glück haben wir die... Kette, die uns... ...die Dinger wiederherstellt. Die Splitter. Ist er jetzt... Ja, eigentlich... ...müssten doch jetzt alle aktiv sein. Sein Schild ist verpufft. Das ist eure Chance. Ja, kommt er jetzt her? Da ist er. Und noch eine Eule. Boom. Oh, das hat sich jetzt nochmal gelohnt. Aktien wollen sie kaufen. Ja, kaufen. Business. Okay. Ja. Schild unten serviert, Elfriege. Schild rötig ab. Was ist er denn? Nee, ist doch gar nicht. Ey. Wir haben schon wieder kaputt gemacht, die Kleine. Nein. Shane. Schnell. Ey, die haben schon... Die halten ja gar nichts aus, diese Geschütze. Okay, ich ruf nochmal. Hallo. Shane, schnell. Nee, kriegst du nicht mit? Doch, jetzt. Aber reicht nicht. Kann man ihn angreifen? Oh, das ist zu weit weg. Aber das wäre jetzt gut, wenn er jetzt kommt. Dann können wir nochmal diesen fetten Sniper auspacken. Oh nein, Shane hat es auch erwischt. Können wir auf dem Weg irgendwas freiräumen? Noch mal eine Eule. G.H., wir sind dann alle vorbei. Oh, das wird ja knapp. Shane! Nein! Oh, wie es genau gereicht hat. Es war ja eine knappe Kiste. Hier hast du nochmal eine Eule. Snap! Wir haben immer noch 1400. So, zack. Jetzt geht der schon wieder da drauf. Dass die Geschütze in Ruhe lassen, Mann. Ein Schild ist verpufft. Das ist eure Chance. Ey, was ist denn jetzt? Okay, da ist er. Gucken. Kann die... Boom. Das hat nochmal gesessen. Gleich nochmal eine Eule. Jawohl. Hier. Wäre auch schön, wenn er einfach mal da bleibt. Ich weiß gar nicht, ob er das macht. Können auch mal... Oh, das hat er gut gemacht. Da hat er sich wunderbar gerettet. Hier ist dann nochmal eine Eule. Okay, wir... Er bleibt jetzt anscheinend da. Jetzt können wir gleich nochmal einen Bereich setzen. Hier. Unten eine Eule. Nachladen. Oh, das schaffen wir diesmal. Das kommen auch keine Kleinen mehr nach. Noch eine Eule. Und einen Bereich. Hier hin. Jawohl. Der hat genau gesessen. Noch eine Eule. Nachladen. Sehr gut. Na, das klappt doch. Und noch eine Blase. Zack. Noch eine Eule. Oh, das steht ja gar nicht drin. Stell dich mal in die Blase rein, Mann. Oh, wir können es doch mal machen. Ist das schön, dass er uns so weit weggeschubst hat. Und noch eine Eule. Nee. Oh, der lebt immer noch, ey. Der hält ja eine ganze Menge aus. Ups. Nein. Shane. Ja, mach einen, mach einen Tod oder komm her. Mach nochmal eine Megaattacke. Das wäre cool. Ja. Jetzt. Oh, das hat genau gepasst. Wunderbar. Bisher nicht gedacht, dass wir das schaffen hier. Das war vielleicht sogar noch erfolgreicher als mit Foxtrot. Aber das werden wir gleich sehen, ob da steht neuer zeitlicher Rekord und ob wir mehr Punkte gehabt haben. Das ist ja das Wichtige. So, haben wir alles eingesammelt. Noch was rum. Nicht so aus. Nee. Doch, hier. Noch mehr Geld. 32.000 Punkte haben wir jetzt. Gibt es denn noch mehr, weil wir es jetzt geschafft haben? Gibt es denn irgendwie einen Bonus? Los, Mann, los. Los, Mann, los. Ja, wir müssen hin, ne? So, komm rein hier. Gucken, 32.000 haben wir jetzt. Gucken, ob es was gibt, wenn er jetzt... Wir haben gar keine Zivilisten gesehen, weil wir haben es geschafft. Nee, bleib bei 32.000. Nein, wieder nur Bronze. Okay. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun hier. Reicht nicht einfach nur die Mission auch zu kriegen, da muss man auch gut sein. Vielleicht mal einfach mit mehr als zwei Leuten. Charakter Rang 6 schon. Da Charakter... Hier kommen wir noch an 19. Das geht viel zu schnell. Neues Beutepaket. Selten. Okay. Geld haben wir auch gekriegt. Wunderbar. Spielzeit 49 Minuten, ja. Ah, ja. Ach, der Rekord ist 39.000, ja toll. Das war immer noch Bronze. Haben wir hier... Nee. Haben wir... Oh, wir haben mehr Schaden gemacht als Shane. Weiß nicht, ob das schwer ist. Mit einer Schaden hat er mehr gekriegt, ja. Aber ich bin viel öfter gestorben als der. So, jetzt gucken wir noch, wie weit wir gekommen sind mit den... Dingern hier. Vielleicht haben wir sogar eine abgeschlossen. Ich hab's nicht mitgekriegt. So, wo ist er hier? Müssen wir hier Überlieferung? Ne, haben wir nicht. 100 Mal umbeschleunigen, ja. Aber wir haben da in der Mitte... 2 von 5 haben wir jetzt. Und... 100.000 mit Raubtierangriff. Okay, das... Füllt sich langsam. So, Ausrüstung können wir uns noch angucken. Was wir da gekriegt haben. Und wir müssen schon wieder verkaufen. Das kam ja anscheinend, weil ich... Rang 6 geworden bin. Vielleicht ist ja da irgendwas für den Marquis drin. Ein neuer... Spott. Nee. Warum ist da so ein Blödsinn drin? Das hat sogar noch einen Negativ-Effekt. Das ist doof. Okay, hat am Ende... Nur Geld gebracht. War ja okay denn. So, wir brauchen... Wie sieht man das hier eigentlich? Ne, sieht man nicht mal, wie viel man hat. Dann gucken wir das jetzt noch. Und dann... Reicht's ja auch. Wo ist denn das hier? Herausforderungen, genau. Charakter. Und jetzt Freischaltung. Und jetzt El Dragon. Ja. Oh. 2 von 5. Na gut. Na gut. Dann... Sehen wir uns in der nächsten Folge von... Battleborn. ovon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017